Hallo, ich bin Markus Bussmann, ich bin Morgenmoderator bei Radio WAF, das ist schon ganz lange und ich habe zwei Kinder, eine Frau, zwei Katzen und einen Hund. Boris, den habe ich heute sogar mitgebracht. Und ich bin Ina Artig, ich moderiere zusammen mit Markus Bussmann, ich bin verheiratet und habe auch einen Hund dabei und der heißt Taxi. Was mag Markus? Trautes Heim, Glück allein. So. Spießer. In Wirklichkeit ist sie eine ganz Liebe, aber die kann sich immer schon ganz schön aufregen. Ich bin überhaupt nicht aggro. Vorsichtig, ich bin nie aggro. Mein Hund ist viel besser erzogen als deiner. Deiner kennt nicht mal seinen Namen. Meine kann Sitzplatz, Aus, Rolle, Bleib. Die kann Kunststückchen, aber er ist halt eine coolere Sau. Wenn du von was keiner arg hast, Ina Artig, dann ist das Fußball. Das Einzige, was an Dortmund toll ist, ist Klopp. Ich möchte mir Markus nicht in BVB-Unterwäsche vorstellen. Radio ist einfach wie der geilste Job der Welt. Wenn man nicht gerade mit Markus Bussmann zusammenarbeitet.